Achtung! Achtung! Ihr seid zusammengerufen worden und mit einer Erklärung des Reichskommissars für die besetzten norwegischen Gebiete Josef Terboven und des Generals Rendulik. Oberbefehlshaber der 20. Armee bekannt gemacht zu werden. Nicht nötig. Durch den Verrat einer finnischen Regierungsgruppe ist die Räumung eines Teiles von Nord-Norwegen eine militärische Notwendigkeit geworden. Aufgrund der Verräderung, von einem Krieg in den finnischen Regierungen wird es notwendig, dass die Tyskern einen Teil von Nord-Norwegen verletzen. Und die Zivilbevölkerung muss darum evakuiert werden. Die Zivilbevölkerung muss deshalb evakuiert werden. Weiter! Das hat zur Folge, dass den bolschewistischen Gegnern keine Existenzmöglichkeit im Kampfgebiet gelassen werden darf. Das bedeutet, dass die Bolschewiker nicht etwas wiederfinden müssen, wenn sie kommen. Warum? Darum müssen alle Einrichtungen, wie Häuser, alle Haus, alle Fahrzeuge, alle Körertöier und alle Vorratslager mit Lebensmitteln und alle Matverilager weggebracht oder vernichtet werden. diejenigen, die diese Anordnung nicht beachten, werden als Feinde betrachtet werden. Die, die kein Adler dieser Jahre werden als Fiender werden. Wer sich versteckt und gefunden wird, wird ohne weiteres erschossen. Die will hensinslöst bli obstwodet und schütt nach irgendwelche Fragen. Heikki-Haldonen Adler nicht den Tysk-Orderen. In den vergangenen Hörstdagen 1944 hat er Fienden mit Trass. Wir folgen der Familie, wir folgen der Frau, wir folgen der wir folgen der Frau, wir folgen der Dramatische Schlussfasen von Kriegen. Ein Film um Finnmark in Flammer, ein Film um Styrke und Zusammenhalt in ein Ulvetid. Full av Handling, full av Liv.